Musik Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit Euren Bobas. Wir haben ja schon vorbereitet, dass wir hier das Restaurant hermachen. Ich finde es jetzt eigentlich ganz passend. Vielleicht ist der Weg hier ein kleines bisschen schmal, aber ich finde es nicht einmal so schlecht, wenn die Häuserfront hier schön gerade rüber geht. Ich wollte jetzt allerdings hier noch eine Tür reinmachen und die hat ja zwei hier in der Breite. Also würde ich sagen, wäre das ideal. Dann kann man hier auf jeden Fall rein, man könnte hier auch ganz durch. Dann brauche ich nämlich diese eine Tür nicht versetzen und die Bewohner können dann auch von jeder Seite hier reinkommen. Ich habe noch mal probiert und was rauszufinden wegen diesem super schicken Raum, wegen diesem Schlafraum. Allerdings ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft. Also ich finde es nicht raus, woran das liegt, dass das nicht umswitcht. Naja, aber umso mehr freue ich mich jetzt drauf, wenn wir hier ein kleines bisschen weitermachen und vor allem das Restaurant. Also sprich die Küche und die Essplätze quasi herstellen. So, was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist eine Truhe. Wir werden wahrscheinlich brauchen, jetzt muss ich mal gucken, eventuell Holz. Wir werden auf jeden Fall uns, Entschuldigung, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich ein Kochdingens herbekommen habe. Den kann ich stehen lassen, ich habe ja einen einstecken noch. Dann würde ich nämlich jetzt mal schnell noch hier eine Werkbank herstellen. So, die stelle ich jetzt mal daher. So, was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall von der Herstellung her mal eine Küchenplatte. Oh, habe ich die noch einstecken? Oh ja, da habe ich sogar noch einstecken, das ist super. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich möchte nämlich was Bestimmtes mit euch machen. Einmal Herd, einmal Topf. Topf habe ich auf jeden Fall auch da. Ja, und dann muss ich noch was herstellen, was ganz Bestimmtes. Das hatte ich bis jetzt noch nie hergestellt. Und es wird auch wirklich mal Zeit, weil dann haben wir das nämlich als neu mit drin. Und zwar Reissack. Ja, ist auf jeden Fall ein neuer Artikel, den hatte ich bis jetzt noch nicht hergestellt. Also nicht, dass ich wüsste, ein simpler Sack genäht aus getrocknetem Gras und Rand voll mit Reis. So, gut, jetzt brauchen wir aber auch noch mal zwei Türen. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich da noch zwei Türen da? Ich habe nur eine da. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine. So, weil die können wir nämlich dann auch schön färben. So, oh, wo ist die zweite? Die habe ich dann wahrscheinlich in irgendeiner Kiste. Deswegen mache ich dann halt noch die zweite hier, ist ja egal. So, und dass ich nicht wieder hin und her rennen muss. Ihr kennt mich ja. Stelle ich das Färbefass halt jetzt hier einfach mit daneben. Okay, so, färben. Und zwar die zwei Türen. Oh, in welcher Farbe allerdings. Vielleicht in schwarz? Schwarz könnte man machen. Ja, nicht nein. Ja. Okay. So, dann wäre eine Tür im Grunde, na, vielleicht von hier. So. Und die andere dann quasi von hier. Ja. So machen wir das. So. Und dann muss auf jeden Fall hier natürlich der Kochplatte rein. Ne, ich würde sogar sagen, wir machen zwei hierher. Tschak. Dann brauchen wir einen Topf. Mache ich auch zwei. Der Reissack, der dient wohl als Dekoration. Von daher, ich stelle die halt jetzt einfach mal da in die Ecke. So, und dann müssen wir natürlich auch erst einmal das Ganze zumachen, ne. Aber ich möchte gerne da auch Fenster drin haben. Das ist ja auch ganz klar. So, auf jeden Fall von vorne dann, äh, würde ich sagen, ja, zwei solche. Dann vielleicht bei der Küchenplatte. Mh, ja. Und dann machen wir hier zwei hin. Und dann machen wir da hinten quasi, äh, zu. So. Und da hinten machen wir dann auch nochmal Fenster rein. Das ist nur die Frage. Wie viele machen wir? Machen wir hier nur ein Mäuschen dazwischen. Und dann machen wir drei, äh, ups, zweier Fenster. Genau, so machen wir das. Ja, und da gehen wir einfach bis zur... Obwohl, da könnten wir eigentlich auch ein Fenster hin machen. Obwohl, vielleicht sogar ein ganz großes. Das können wir auch machen. Weil wir haben, wir haben ja genug Fenster. Wo kommst du jetzt erst einmal weg? Dann würde ich sagen, mache ich hier auch noch, ähm, Holzscheite hier. Und dann kommen da nämlich nochmal, würde ich sagen, zwei Lagerfeuer hin. Wobei ich wahrscheinlich keine Einstecken habe. Nö, hab ich nicht. Aber ist ja egal. Wenn wir den Tisch gleich dastehen, also machen wir uns halt einfach mal welche. Ich würde sagen, äh, zwei Stück. So. Und dann könnte ich dazu, das müsste, ja, hier sein. Genau. Eine Pfanne. Zang, zang. So, und dann machen wir nämlich hier beim Fenster zweimal Lagerfeuer hin. Wobei wir einmal Kochset machen. Oder eine feurige Bratpfanne. Was, das ist neu? Das ist doch nicht neu. Die haben wir doch schon hergestellt, oder nicht? Bin ich jetzt da so verwirrt? Die müssten wir doch normalerweise schon haben. Ja, genau. Feurige Bratpfanne. Die ist nicht neu. Die hat man schon. Die hat man schon ganz, ganz früh. Sogar. Also auch da fehlen uns noch Raumkombinationen. Das dürfen wir nicht vergessen und auch nicht außer Acht lassen. Ich habe hier noch zwei schwarze Fenster. Die würde ich jetzt vielleicht da hinten reinsetzen. Und dann könnte ich nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, fünfmal machen. Sechs, siebenmal. Siebenmal so ein großes Fenster. Und die färben wir dann natürlich auch schwarz. So. Na gut, dann muss ich sie halt zehnmal machen. Ist ja egal. Die werden ja nicht schlecht, ne? So. Und die färben wir natürlich dann auch noch in dem schwarz. Zack. Ich mache einfach alle. Ist egal. Und dann setzen wir hier nämlich noch Fenster rein. Und dann bin ich mal gespannt, ob denn dieser Raum jetzt entsteht, den ich entstehen lassen will. Weil das ist nämlich echt. Anscheinend habe ich es nicht drauf. Ich weiß nicht. Ah. So. Und dann da noch so. So. Gigantischer Raum. Okay. Das klingt jetzt halt nicht nach Küche, ne? Gigantischer Raum klingt nicht nach Küche. Okay. Lasst mich mal nochmal drauf gucken. Und zwar. Ich brauche... Ach so. Tja. Wenn ich die natürlich nicht hersetze, ne? Dann ist das klar. Die würde ich dann hier vorne über der Tür hinsetzen. Die Truhe. Was habe ich jetzt da verstaut? Nichts, oder? Ja. Nö. Gut. Also haben wir einmal die Truhe. Dann haben wir auf jeden Fall... Ähm... Moment. Zweimal Reissack, einmal Truhe. Einmal Herd, einmal Topf. Und dann brauchen wir Lagerfeuer. Oh. Dreimal. Nicht nur zweimal, sondern dreimal. So, ich mache aber jetzt ja gleich nochmal zwei. Guck. Weil nicht, dass ich tatsächlich drei Lagerfeuer machen muss. Gigantische, einfache Küche. Entschuldigung. Oh, meine Güte. So, ich will aber keine gigantische, einfache Küche haben. Die möchte ich nicht. Und dann tun wir mal hier das eine Feuer noch her. Und dann tue ich jetzt nochmal eins herstellen. Und nochmal zweimal Bratpfanne. So. Also, wenn Safra da nicht kochen kann, dann weiß ich auch nicht. So, also hier kommt dann noch ein Feuer her, ist klar. So, dann kommt da nochmal was her. Und da nochmal. So, dann haben wir nämlich zweimal feurige Küche. Warte mal. Kann ich die Pfanne vielleicht drehen? Dass ich die von da drauf stelle. Das schaut doch ein bisschen besser aus, oder? Ja. Wenn der Stil dann so seitlich weg geht. Okay, also es hat wieder nicht geklappt. Ich habe jetzt halt eine gigantische, einfache Küche. Und das, was ich herstellen wollte, und das sollte normalerweise auch gehen, das ist die schlichte Spülküche. Dazu braucht man eben eine Truhe, zweimal Reissack, einmal Herd, einmal Topf und Lagerfeuer, dreimal. Beliebig. Typ 1 oder feurige Bratpfanne Set zweimal, Typ 2 oder Ziegelgrill, Typ 3, keine Ahnung. Ebenfalls reicht es anscheinend nicht aus. Okay, dann würde ich sagen, mache ich auch noch einen Ziegelgrill, weil dann kann man nämlich wirklich sagen, die kann alles kochen, was ihr kochen will. Da brauche ich allerdings jetzt wieder ein Lagerfeuer dazu. Ja, die Lagerfeuer, die sind anscheinend echt wichtig. So, dann machen wir nämlich nochmal einen Ziegelgrill. Und den stellen wir dann noch da in die Mitte rein. So, genau an die Stelle. Dann würde ich sagen, es gibt ja noch so andere Utensilien, wie zum Beispiel den Topf, den hier, oder die farbliche Tasse. Dann können wir herstellen noch den Brotkorb. Und, ja, wenn der schon da ist, dann einen Flammen-Dingsbums-Fisch. So, kann ich noch was herstellen? Oh ja, ich muss eh noch eine Glocke herstellen. Das mache ich gleich, wenn ich jetzt schon da bin. Dass wir dann die Herzen sammeln können, weil das ist nämlich schon wichtig. Was könnte man noch machen? Wir könnten hier noch einen Weizensack oder sowas. Zweimal. So, was würde noch reinpassen? Eigentlich würde ich sagen, das war es dann. Mehr würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr reinsetzen. So, jetzt hole ich nochmal ganz kurz noch die Weizensäcke raus. Äh, Schwabs. So, dann tun wir mal ein bisschen dekorieren. Also, ich packe mir hier einen Brotkorb hin. Dann würde ich sagen, wir können hier vielleicht einen Topf hinpacken. Dann machen wir mal so einen... Kann ich den platzieren? Ne, also das wäre mir jetzt nicht ganz komisch gewesen. So, dann können wir den noch da hermachen. Dann mache ich noch einen Reißsack hier hin. Einen Reißsack hier neben die Dingensen. Dann würde ich sagen, passt auf jeden Fall hier nochmal ein Holz her. Und vielleicht da hinten auch nochmal ein Holz, weil man braucht ja was zum Nachschüren, ne? So, da stellen wir noch einen Topf hin. Da stellen wir noch einen Topf hin. Da stellen wir noch einen Topf hin. Was, gigantische Abstellkammer? Ich will keine Abstellkammer haben. Vergiss es. Moment. Was haben wir gleich? Topf wieder weg. So. Jetzt haben wir wieder eine einfache Küche. Und Safra kann hoffentlich kochen. So, vielleicht machen wir noch eine zweite Truhe. Ne, eine zweite Truhe machen wir nicht. Topf tun wir auch wieder weg. So, dann kann hier auf jeden Fall geköcht werden. So. Und dass wir das Ganze auch wirklich funktional haben. Das würde ich sagen, holen wir mal hier ein paar Sachen raus. Und zwar, jetzt muss ich mal das sortieren ganz kurz. Dass ich die Sachen hier jetzt rüber schmeiß. Und die schmeißen wir dann drüben komplett so wie sie sind. in die Kiste. So. Dann die Eier noch. Was? Die hat sogar Butter gemacht. Wahnsinn. Die Dinger tun wir dann auch rüber. Milch. Schmackhaftes Smoothie. Gabelfleisch. So. Die Dinger auch. Kann ich nämlich die Kiste hier auch weghauen. Dann hauen wir das Feuer da weg. Und dann gehen wir mal ganz kurz schlafen. So. Freies Bett hier irgendwo. So. Lasst uns mal schlafen. Und schon sind wir wieder wach. Was ich jetzt auch noch erwähnen muss. Also es könnte durchaus sein, dass der ein oder andere Part jetzt demnächst ausbleibt. Es könnte quasi sein jetzt der Sonntag. Dass der Part am Sonntag ausbleiben wird. Aber ich möchte es jetzt noch nicht so steif und fest behaupten, dass das ausfällt. Sondern jetzt einfach nur mal gesagt haben, dass es sein könnte. Nur, dass ihr da drauf vorbereitet seid und ihr erwartet hier einen Part von mir. Und dann kommt nichts. Möchte ich jetzt eben nicht. So. Gut. Jetzt sortiere ich hier nochmal. Dann schaue ich nochmal, was ganz vorne drin ist. Ob ich da noch was mit reinpacken kann. Zum Beispiel nochmal Buchweizen. Ich kann auch die Hähnchenschenkel reinmachen. So. Dann können wir noch die Eier rüberschmeißen. Und das Essen. Okay. Dann warte mal. Dann machen wir das so, dass ich das Gemüse quasi alles erstmal hier rüber packe. Und dann hole ich doch nochmal eine Kiste raus. Weil dann machen wir nämlich hier zwei Kisten rein. Das ist ja egal. So. Und die stellen wir halt dann da hin. Zack. Und dann tun wir hier noch die Essenssachen rein. Dann haben wir das doch auch ein bisschen sortiert, würde ich sagen. Das passt doch dann. Und kann ich da auch die Buchweizen noch mit raus tun. Das schrubbige Steak möchte ich gerne noch einstecken lassen. Ähm, sortierte Steak kann ich raus tun. Weil ich habe so viele Eier. Ich habe richtig mächtig Eier. Und die reichen eigentlich zum Essen. Vor allem, ich habe ja hier noch 125 Brot. Und jetzt, wo ich schon sage, kann ich doch gleich nochmal zwei reinschieben. Okay. Ähm, ich habe hier noch ein Feuer, mit dem ich ansonsten nichts anfangen kann. Außer, dass ich es vielleicht da auch noch mit herstelle. Na, alles, wo die kochen können, ist doch in Ordnung. So, Safra, Walze deines Amtes. Lebe dich aus. Koche, was das Herz begehrt. Und wir machen uns mal hier dran. So. Den stelle ich jetzt mal da hin. Den Färbedingsbums natürlich auch. Dann würde ich sagen, stellen wir uns mal ein paar Esstische her. So. Und zwar nicht einfach irgendwelche, sondern ich würde schon sagen, wir machen sowas wie diesen Luxus, Luxus, Diss, Tisk. Ähm, da mache ich jetzt vier Stück. Und dazu bräuchten wir dann natürlich auch Stühle. Dementsprechend. Und da bräuchten wir dann quasi 16 Mal den Schickenstuhl. So. Ach so. Ne, doch. Ach, mir fehlt Pelz. Ja, hallo. Ähm, jetzt dachte ich mir, ich stelle mal hier auf die schnelle 16 Stück her. Naja, dann. Gehen wir doch einfach mal hier in den Baueralmer nach. Das ist doch egal. Gegenstände. Äh, die muss ich jetzt halt nur finden. Was habe ich da neu? Ach, die Berserker-Statue. Ähm, so. Gucken wir mal. Wo ist der Pelz? Da, da haben wir neu. Den Reissack. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den schnell finde. Ich fange einfach mal ganz vorne an. So, hier haben wir die ganzen Fischle. Was haben wir da? Ach so, den habe ich ja hier geerntet, ne? Den Kürbis. So, da haben wir die Falkenklinge, die wir hergestellt haben. Da haben wir dann nochmal, ähm, die Falkenklinge 3 Stern. Ne, das ist auch nochmal so ein Utensil. Und hier fehlt noch irgendwas. Also, da, hm, ob ich das jeweils rausfinden werde. Mal gucken. So, die habe ich ja neu abgebaut. Genau, und aufgebaut. Dann haben wir den kaputten Stein. So, und jetzt müsste doch so langsam dann auch mal der Pelz kommen. So, jetzt sieht man auf jeden Fall auch mal so ein bisschen im Schnellverfahren, was wir schon alles haben. Und vor allem, wie viel halt im Grunde noch fehlt. Weil es sind, wir haben gerade mal 81 Prozent. Und das ist bei der Masse, natürlich sind die 19 Prozent dann schon enorm, was da noch fehlt. So, da haben wir noch Eicheln. Da das Weizen zum Beispiel. Also, da habe ich auch noch nicht alle Gemüsesorten wirklich abgebaut, ne? Der Kot und dieses Monstario-Biest-Dingsbums, was wir da haben. Da oben ist der Pelz. Jetzt gucke ich aber noch in das letzte auch rein. Also, auch da fehlt uns noch werkbanktechnisch was. Na gut, Pelze. Würde ich jetzt erst sagen, was kosten die überhaupt? 60, naja, gut. Da könnten wir dann zumindest mal 5 Stück machen, oder? Weil so viele Herzen haben wir nicht. Das sind dann zumindest 300 Punkte. Da fehlt dann natürlich noch so einiges. So, dann können wir uns zumindest 6 Stück von den schicken Stühlen herholen. Tja, auf der anderen Insel habe ich natürlich sehr viel von dem Zeug. Aber ist jetzt erst mal wurscht. Halt! Zurück! Wir müssen erst mal hier ran. Wir müssen erst mal schauen, was wir da so bekommen. Und doch, das ist schon einiges, würde ich sagen. Sind doch zumindest über 200 von der weißen Farbe. Und das ist ja noch immer am Produzieren. Wobei das ja bald auch durch ist. So. Dann einmal hier die Tische. Viermal. Und dann mache ich natürlich die Stühle auch alle. Da kommen natürlich dann noch welche dazu, ne? Ist das klar? Fehlen jetzt halt noch mal 10 Stück. So, und dann können wir, wenn wir schon hier sind, vielleicht noch die Töpferwaren herstellen. Das ist bei Einrichtung. Stimmt's? Ja. Es stimmt. So, Töpferware. Viermal bitte. Das kann auch gefärbt werden. Ne. Das habe ich schon. Auf den ersten Blick sah es so aus, als würde ich da stehen, kann gefärbt werden. Oh, und die Safra, die ist ja richtig gut am Produzieren, ha? Die macht ja wirklich alles querbeet hier. Wahnsinn. Okay, also, ich würde sagen, wir machen ein richtig schönes Ess-Restaurant-Dingsbums hierher. Also, wir müssen jetzt halt auch nicht unbedingt uns zurückhalten, was den Platz angeht. Wir haben leider nur sechs Stühle, also von daher müssten wir halt dann an einen Tisch, oder besser gesagt, wir machen dann an zwei Tische jeweils zwei Stühle. So. Wir können dann zumindest viermal die Decke herpacken. Und dann hätten wir auf jeden Fall schon mal Ess-Tische. Dann brauchen wir natürlich... Moment. Es ist ein bisschen zu eng da hinten. Oh, ähm, Moment. Manchmal geht es echt schneller, wenn man es einfach bloß abbaut und dann hinstellt. So. Ja, ich weiß schon. So, die fliegenden Teller. Und zack. So, dann hätten wir da nochmal. Und zack, so. Ähm, dann bräuchten wir auf jeden Fall halt irgendwas Schönes ringsherum. Ähm, das ist natürlich die Frage. Man soll natürlich zum Restaurant hier von vorne reinkommen. Ähm, vielleicht so einen Weg ungefähr... Ja, keine Ahnung, vielleicht vier breit oder so. Wäre jetzt, denke ich, immer nicht so verkehrt. Moment. So. Ähm. Ähm, äh, äh, vielleicht hier einmal... zweimal... Das ist halt immer die Überlegung, ne? Wie baut man es? Dann hätten wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das würde optimal passen für die... für die Stufen, also für diese Schwellendinger. Da hinten würde ich sagen, mache ich komplett zu. Und ich würde sagen, von der Seite machen wir auch ein ganzes Stück. So, und dann noch mit einem Durchgang von der Seite. Dann bräuchte man allerdings jetzt nicht noch Schwellen. Wo seid ihr auch? Ihr seid da. Genau. Also viermal. Und dann würde ich aber auch gerne da einen Zaun oben draufsetzen. Und da würde ich mal sagen, passt normalerweise... Wo ist er? Ach, da ist er. Die Gitter waren sehr gut. Also die gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also gerade bei dem... ähm... Das Musikzimmer, was wir gemacht haben, ähm... Ist doch sehr... sehr toll geworden, finde ich. Mit dem... mit den Zäunen. So, dann kommt man da nochmal so ein Ding hin. Und dann würde ich sagen... Oh, Moment, dann machen wir... Das so. Und so. Dann kann man nämlich hier... Na, ich würde die auch weiß färben. Aber wie viel brauchen wir? Zwei, drei. Dann machen wir hier nochmal... Moment. Zwei hin. Dann muss da natürlich auch mal einer weg. Ah, das wird schon... Das wird schon. So, und dann kann man das nämlich rüberziehen. Dann brauchen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehnmal. So, 18mal bräuchten wir dann quasi diesen Zaun. Das habe ich dann zwar ein paar Mal zu oft gemacht, aber ist ja egal. So, 18mal bitte. In Weiß. Und ich meine, da kommen ja sowieso... Ihr kennt mich, da kommen ja sowieso noch Pflanzen hin. So. Das finde ich nämlich als Zaun recht schick. Was halt schade ist, dass es keinen Eckverbinder dafür gibt, ne. Aber insofern, man kann das herrlich mit so einer Mauer machen. Und dann schaut es doch auch richtig toll aus. So. Jetzt würde ich nur, dass das Ganze ein bisschen besser ausschaut. Moment, nee, das haue ich jetzt nicht mit. Das geht ein bisschen schneller. Würde ich sagen, stellen wir den Tisch in dem Fall dann... Ja, warum nicht? Wir können doch einen langen, einen langen Tisch machen. Wenn dann die ganzen Gedecke da ringsherum sind, ist das doch auch perfekt. Dann haben wir einen langen Tisch. Und dann zwei kurze Tische. Ich würde nur die Zwecks der Sympathie sagen, ich stelle den Tisch um eins rüber noch. So, dann kommt da ein Stuhl hin. Da ein Stuhl hin. Und dann müssten wir... Oh, hatte ich noch von den Steindingern. Habe ich das gar nicht gemerkt. Aber wo seid ihr dann? Da sind sie... Oh, tatsächlich, ich hatte noch einige davon. Holla, wie mir. So habe ich jetzt aufgepasst. So, dann kommt da eben einer hin. Das ist schade. Den würde ich gerne auch in Weiß färben wollen. So, wir haben hier einen großen Platz. Dann brauchen wir natürlich noch Beleuchtung. Und das ist nämlich das, was jetzt da noch fehlt. Und dann haben wir nämlich ein großes Esszimmer. Und wir haben ein Restaurant gebaut. Und genau das wollte ich. Jep. Damit haben wir auf diesem Eiland hier ein Restaurant. Und das ist doch wunderbar. Ja, danke, danke. Feiert mich super schön. Okay, gehen wir mal dazu über, dass wir das da oben noch zumachen. Es gehört ja dazu, ne? Also, ich möchte jetzt da nicht irgendwas schludern. Und vor allem, ich habe gesagt, wir bauen hier alles gemeinsam. So. Und so viele Blöcke sind es ja auch. Nett, ne? So. Und dann müsste normalerweise... Wir könnten nochmal schauen, wie das ausguckt, wenn wir jetzt hier den oberen Rand in Weiß machen. Und obendrauf dann im Grunde wieder so ein Holzdach ziehen. Allerdings abgeschrägt diesmal. Gleich haben wir es. Ist doch schön, oder? Also mir gefällt es jetzt richtig gut. So, von außen können wir natürlich dann auch noch unsere obligatorischen Beleuchtungsfackeln machen. Was anderes passt einfach nicht in die Straßen. Also hier ist so ein Kronleuchter, das wäre jetzt halt überhaupt nichts, ne? Also, nee. So, da noch an die Ecke. Und dann hätte ich sagen, ist das doch wunderbar. Da könnten wir noch eine, zwecks der Symmetrie von dem Gebäude. Da sind ja die zwei. Und dann können wir da an dem Eingang eben noch die letzten zwei schnell verbraten. Und dann haben wir das. So. Ich werde, denke ich, einmal das noch so weit vorbereiten, dass ich ein bisschen Rohmaterialien hierher schaffe. Hier innen wäre es jetzt ein Blödsinn, wenn ich da mit Dings arbeite, mit Vorhängen. Das passt nicht. Also, nee. Das passt hier in diese Küche gar nicht. Das ist schon gut, wenn das einfach hier so offen bleibt. Na, wir können da dann noch verschiedene Sachen draufstellen. Zum Beispiel auch sowas wie ein Brotkorb. Komm, machen wir doch einmal. Ist doch in Ordnung. Zum einen, oh ja, wir könnten den Suppentopf freischalten. Machen wir das mal. Suppentopf. Ein tragbarer, erderner Topf voll sämiger Suppe. So, den bauen wir doch dann gleich mal. Dann haben wir nämlich auch wieder gleich neu in unserem Dingsbums da hinten. So, dann würde ich sagen, machen wir noch, weil wir die Pilze ja haben, machen wir noch zweimal eine Pilzplatte. Und dann machen wir noch einen Brotkorb. Und dann könnten wir sogar, weil es eben so schön ist, Moment, ähm, jetzt im Moment gefällt mir dann das dann immer, ähm, könnten wir da hinten vielleicht ein Buffet hermachen, ja, was haltet ihr denn davon? Wir machen jetzt einmal ganz kurz noch die, die Verbindungstische, ähm, sollten eigentlich viermal reichen. Ich mache jetzt mal fünf, ist egal. Kostet ja nur Holz und Holz haben wir ja unendlich. Machen wir da mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Das geht dann genau bis da vorne hin. Dann können wir hier einmal den Brotkorb machen. Dann hier eine Pilzplatte. Und dann noch das da. Und irgendwas fehlt jetzt halt hier noch, wahrscheinlich ein Fleischtopf oder irgend sowas. Moment, gucken wir mal. Ja, gut, da haben wir die Zutaten jetzt nicht. Das ist so ein Schmortopf oder was könnten wir normalerweise noch machen. Aber da brauchen wir einen Soldateneintopf. Und für einen Soldateneintopf brauchen wir irgendwie eine bestimmte... Ach nee, Soldateneintopf muss man ja kochen. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt das Rezept nicht auswendig. Also, es gibt einfach zu viel. Naja, ist egal. Oh, den Begrüßungsposten, den könnten wir auch mal freischalten. Der ist nämlich auch ganz gut. Aber wir haben keine Herzen mehr. Okay, ist kein Thema. Komm, wir stellen mal da vorne noch einen Draco-Stapel hin. Den können wir doch bauen, oder? Schmächtiger Schleim. Haben wir den noch gar nicht gemacht. Komm, den können wir freischalten. Die 10 Punkte haben wir. Was ist denn das? Die Figur eines mickrigen Monsters, hergestellt aus Holz. Süß. Machen wir da mal 4 Stück. Die können wir bestimmt irgendwo schön dekorieren. Wo sind denn jetzt die Slineys? Die müssten dann hier auf jeden Fall sein, ne? Ja. Da sind sie. Draco-Stapel. Oh, was fehlt uns denn da? Tomate fehlt uns da. Kann ich das gar nicht bauen? Ist ja schade. Weil ich hätte jetzt nämlich zu gern einen stapelbaren Draco gebaut. Lasst uns einmal 3 Stück davon machen, ob das funktioniert. Weil ein Draco-Stapel ist ja normalerweise die 3 unterschiedlichen. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Draco-Stapel hier mit 3 gleichen. Das haben wir ja noch gar nicht probiert. Den machen wir hier vorne beim Rathaus in die Ecke. Ja, hier so in die Mitte von dem Gang quasi. Draco-Stapel. Es geht. Okay. Dann haben wir hier einmal einen Draco-Stapel und da können wir dann auch noch mal schön Herzen abgreifen. Das ist unglaublich. Oh, wir haben doch eine Glocke. Ich bin ja auch doof, ne? Wir haben noch eine Glocke hier. 95 Herzen. Siehst du mal. So, Mädels, ihr könnt schlafen gehen jetzt, weil jetzt ist der Part auch vorbei. Ich sammle mal noch die Sachen ein und gebe quasi neue weiße Farbe in Auftrag, dass wir da wieder vollgefüllt sind. Und ja, an sich war es das jetzt halt. Wie gesagt, es könnte passieren, dass am Sonntag der Part ausfällt und dass am Montag wieder was kommt. Seid mir deswegen nicht böse. Mein Junior geht einfach vor, wenn der da ist bei mir eine Woche. Aber ansonsten, es wird weitergehen wie bisher. Es gibt noch so viel zu tun. Und ja, jetzt wünsche ich euch erst einmal noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.